In dieser Folge erfahren wir alles über Autositze und Kindersicherheit im Auto. Auch wenn es für Kinder bis zu 5 mal sicher ist, rückwärts gerichtet zu fahren, wird es immer einige geben, die Ausschüchte, Mythen und ungenaue Annahmen haben. Es ist nicht bequem für mein Kind und es gibt keinen Platz für die Beine. Falsch, heute gibt es Autositze mit viel Beinfreiheit, die für heranwachsende Kinder angepasst sind. Darüber hinaus sind gekreuzte Beine eine sehr natürliche Position für ein Kind. Meinem Kind wird im Auto übel. Die Krankheit im Auto ist in der Regel nicht auf den Autositz zurückzuführen. Es ist ein Interpretationskonflikt, der im Gehirn stattfindet, unabhängig von der Fahrtrichtung. Wenn Ihr Kind leicht reisekrank wird, denken Sie daran, eine gute Temperatur im Auto zu haben. Achten Sie darauf, dass das Kind aus dem Fenster sehen kann und große Mahlzeiten direkt vor der Reise sollten vermieden werden. Aber mein Kind sieht nichts, wenn es rückwärts gerichtet fährt. Falsch, in einem rückwärts gerichteten Autositz sitzt Ihr Kind höher. Das macht es ihm einfacher, durch das Seitenfenster zu sehen. Sie haben sogar die Möglichkeit, durch die Heckscheibe zu schauen, anstatt den Vordersitz anzustarren.